Hallo, ich bin Dennis Wagner. Mark Pless und ich bieten auch in diesem Jahr wieder einen super tollen Dreck zum Thema agile Spiele auf der Tools for Agile Teams an. Wir freuen uns wie verrückt auf eure Einreichungen zu Themen wie agile Spiele, agile Simulationen, Moderationstechniken, Tools und Tricks remote und auch offline. Bitte denkt daran, dass auch dieses Jahr die Konferenz wieder remote stattfindet. Euer Talk sollte also remote auch funktionieren und jetzt würde ich sagen, überrascht uns mit euren tollen und kreativen Ideen und wir freuen uns darauf, euch auf der Tools for Agile Teams zu sehen. Bis dahin, tschüss.